herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge total chaos ich bin gespannt was ach hier ist doch noch stuff gut soviel dazu ja eigentlich haben wir platz gemacht gut wir können also gute mit gute pistole benutzen die haben wir sogar gerade ausgewählt sehr praktisch ich möchte euch noch mal einfach hier gehen laufen ja oh alter ich freue mich so auf das gebiet hier kommt so viele neue sachen ich weiß nicht mehr was alles gleiches wie früher aber früher kam es sehr viele sehr coole sachen also ab jetzt kommt ja wirklich abgefuckte shit ha 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 und ich freue mich drauf das erinnert mich irgendwie so wie an diese zellen von extermination day wir müssen echt mal wieder ein bisschen mehr doom spielen und das ist schon direkt die erste falle was mache ich was mache ich wir probieren das mit der pistole okay wo kann keiner die mehr aushalten Ich brauch grad drei Schüsse für eine, für einen Zombie. Holy Shit. Äh, danke. Oha. Ich hab die anderen drei Räume noch gar nicht abgesucht gehabt. Na super. Oh. Okay, jetzt hab ich ein paar mal nachgeladen. Ach ne, hier oben. Da ist ne einer Kugel, da sind meine drei. Da kann ich die kombinieren. Kann auch mal nachladen. Und kann jetzt die beide kombinieren. So. Okay. Dann könnt ihr die nach unten. So. Speichern. So geht es jetzt hier weiter. Hier ist Dead End. Hier geht es auch nicht weiter. Da geht es weiter. Boah, Alter. Die können gar nicht so schnell laufen. Die kleinen Motherfucker. Oh. 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 Was war das grade? Da ist doch grad irgendwas geöffnet. Oder geschlossen. Boah, ich liebe das. Da hinten ist irgendwas. Da hinten ist irgendwas. Oh. 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 Ah. Wie das aus sieht, Alter. Mmmh. Lecker, lecker, lecker. Oh. Ah. Ah. Da will wieder so reden. Pickel. Aber diesmal ohne komische Frames. Die zwischenschöltet einfach riesig werden. Sieht mir jetzt nochmal natürlich aus, sag ich mal. So natürlich, wie das hier aussehen kann. I guess. So. Oh. Oha. Digga, warum brauchte ich für den fünf Schuss? Das hier haben wir unsere Rüstungkammer. Genau, unsere Rüstungkammer noch, ja. Oh, und schon ist die Person aufgebraucht. Nice. Also, nicht, dass sie aufgebraucht ist, aber dass wir bisher noch keine andere Emotionen verbraucht haben. Unnötigerweise. Hier haben wir fünf. Gut, zweimal fünf. Gut, dann lade ich einmal nach. Und dann haben wir jetzt noch einmal eine Siemer. Bam. Nicht mehr viel. Aber ich glaube, wir finden noch eine Menge Munition. Oh. Ja, ab jetzt kommt der erste spaßige Teil. Für alle Leute, die Angst vorm Arzt haben sollten. Okay. Noch nicht. Ah, cool. Ja, wir drücken. Dinger. Also, erst mal nach dem zweiten. Gut, jetzt. Für alle, die Angst vor dem Arzt haben sollten. Ja. Das wird ein Spaß. Oh. Oh, verdammt. Hä, ich bin jetzt schnell. Aua. Ich bin jetzt schnell, wenn du keiner sein. Warum? Was? Wo? Verstehe ich nicht. Warum? Okay, wir müssen uns aber echt Stuff ablassen, damit wir rennen können. Ja, gut. Hey, wir haben jetzt noch eine bekommen. Was hat passiert? Das heißt, wir müssen echt Stuff loswerden. Scheiße. Ja, wir müssen jetzt aber echt Stuff loswerden. Okay. Das ist natürlich ein bisschen schade. Allein die Schrotmunition wiegt schon alles. Und noch mehr. Gut. Das heißt, wir müssen ordentlich ausmisten. Äh, Increase Health. Adrenalin, ganz ehrlich. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wir haben eine neue Axt. Also kann das auch weg. Ja, die muss dann leider auch weg. Eine behalte ich mal. Ne. So. Äh, 10 Pfund. Ja. Das. Da behalten wir mal. Vier. Und der Rest kann weg. Wir kriegen aber so nie im Leben genug Gewicht. Ah, Stamina Boost. Wir kriegen nie im Leben genug Gewicht zusammen. 15, 12, 9. Wo ist so viel? Wir haben immer noch 260 Pfund. Wo ist so ein Fehlkampf? 200 Pfund. Oh. Gut, dann sind wir nochmal 50. 50. 50. Aber wir, wir haben immer noch 200. Mal kurz die Steine. Wie viel kriegen die? Auch nur 30. Äh. Ist wohl aber wie sie sind mehr abgezogen, oder? Hm. So, die können auch weg. Bam. Jetzt sind wir wieder unterm Limit. Ich würde aber gerne echt noch ein bisschen mehr, weil ich will nicht ohne Rüstung rumlaufen müssen. Die Rüstung wie flieht aber 30, ne? Ja, 35 Pfund. Ah. Alles andere hier wiegt halt gar nichts, außer halt die Schrofflind-Munition. Ja, müssen wir zurücklassen. Kriegt nix. Gut. Dann müssen wir wieder auf Domina. Okay. Ja. So. Da haben wir glaube ich auch schon. Das machen wir jetzt hier. Wow. Wo ist der erste? Hier ist der erste. Digga. Wäre mehr Glück als Verstand hier. Oh. Puh. Ja, leider heißt das aber, wir kommen an unserem alten Staff nicht mehr ran. Ist also ein Weg ohne Wiederkehr. Oh. Und wir tragen auch schon wieder zu viel. Aber wie gesagt, wir finden wir jetzt schön viel Munition. So, wir haben wieder ein paar neue... Eine... Ein Ding? Ersthaft? Äh, das ist ein Achter, das ist ein Achter, das ist ein Siemer. Bopp. Noch ein Achter. noch ein 8er noch ein 8er noch ein 8er noch ein 8er und noch ein 8er ok wir sollten also vorzugsweise Pistole immer und Sprungflinte benutzen weil das sind die einzigen Sachen, die vor allem Gewicht haben und wie man sieht, wir sind halt schon wieder übers Limit wir hätten also wahrscheinlich doch echt die Rüstung behalten sollen wo wir mehr Gewicht tragen können naja, wäre zu spät scheiß was drauf OHHHHH ihr Scherenmänner ha 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 du hast aber sehr interessante nein ich sag ich nein das ist ein Jugendfreier Kanal ich werde nicht sagen was ich gerade dachte auch wenn es offensichtlich war mhm ach Mähnchen ah das gleiche ok oh ja die Jump in One Passage ha hat sich nichts verändert geil also bis jetzt so ähm oh aber hier müssen wir auch ja wir können nicht rennen also auch nicht springen fuck my life wir haben 20 Pfund zu viel das ist so böse Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö nicht aber schon mal das Und wir müssen auch irgendwas wegfeuern Das hier war die Miracle, ne? Ja Oh Mann, Alter Ich hasse es, solche Sachen wegzuwerfen Aber wie gesagt, kommt nicht mehr viel Also ich hoffe mal, wir werden all das nicht mehr brauchen Vor allem bei der Axt hoffe ich das Zutiefst Weil wir jetzt keine Nachkampfwaffe mehr Das war's Nachkampf ist jetzt vorbei Aber wir brauchen halt Weil wir müssen halt hier springen und alles Oh Da bin ich in der Wand gerast Da bin ich zu früh abgesprungen Da bin ich nach hinten gesprungen Okay, das letzte war jetzt Absicht, sorry Hat gerade so gut gepasst Nein Wieso bist du gerade nicht gesprungen? Hä? Okay, also ich muss auch rennen So, das war gut Das war gut Nein Das war zweit nach hinten So Ja Wie das aussieht, Alter Sollte ich viel speichern? Nein Und ich hab nichts mehr zum heilen Fuck 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 So, wieder Gewicht. Oh. 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 Hey. Hey. Oh. Ah. So was haben wir damals in der Schule auch immer gemacht. Okay, ich glaub jetzt kommt der Endgegner. Gut. Da können wir echt gut gebrauchen. Danke. Perfekt. Äh. Hoffentlich kommt kein Job mit 1 Perthage mehr. Ähm. Ja. Wir haben jetzt wieder eine Axt. Let's go. Oh. Scheiße. Oh. Kannste vergessen. Wir müssen rennen können. Das können wir so überhaupt nicht. Wir sind 20 Gramm zu schwer. Äh. 20 Pfund. Ja. Was können wir am ehesten abwerfen. Ähm. Ein bisschen Hilfeformen. Das sind bloß. Ja ne. Ich glaub wir sind völlig gut ausgewusstet was Essen angeht. Gut. Das bringt uns auch nichts mehr. Ja. Und mehr Sachen die kein Gewicht haben haben wir nicht. Achso doch. Die Axt kommt wieder weg. Äh. Haben wir noch 13 zu viel? Ich glaub dann müssen wir uns tatsächlich von Schrottmunition trennen. Vielleicht schaffen wir uns ja auch so. Dann werden wir wohl zuerst mal mit Schrottmunition arbeiten. Was? Oh. Bin ich gerade gegen die Wand gerannt oder gegen Gegner? Ich glaub der Raum war begrenzt ne? W Hunt hast du malfunction? Ja, ich kann rein, ich kann rein Oh, ich muss doch nicht alle umbringen Das war zeitbasiert Das ist gut, I guess Ob ich nicht, ich weiß, ob es gut ist dafür Okay, gut, sonst gluten wir nicht mehr Was werden denn für eine Verbände, da? Da pack ich ihn auf die 1, ist gerade eh frei Oh Ich nehme mal die 4 Oh Mann, wie lange geht denn das noch? Okay, ich glaube für 45 Minuten mache ich Folgenpause Ich weiß halt nicht mehr, wie lange das noch geht Kann sein, dass ich das Folgenende mache Und die nächste Folge dann genau 3 Minuten lang wird Haha Das wäre Bisschen blöd Ich will einfach durch Oh, ja, das war's bereits Tyler There was no other way Even when we beat the disease It was still a death sentence She left us Everyone left us The isolation The loneliness We don't I Don't have to take it Anymore Äh, auf deutsch Es wurde Also Ich glaube jetzt, die Stimme ist Wir Weil am Ende Man meint ja mit I don't think Some of us anymore Ansonsten, was er gerade gesagt hat Ist, dass, ja Dass es uns zu viel wurde Weil Leder uns verlassen hat Und alle uns verlassen haben Weil halt, ne Alle sind halt verlassen Also Der Autos halt verlassen So, dementsprechend Ist unser Zuhause quasi ausgestorben Halt eine Geisterstadt Ne Wo wir ja gerade waren Sieht man ja Ähm Und ja Dementsprechend Wurde es uns quasi zu viel Äh Ah Und das War's Mit Total Chaos Nach gerade einmal Ich weiß gar nicht wie viele Folgen Zu vielen Folgen Ah Wurde es uns thanks for playing 9110 das ist der code den wir wahrscheinlich brauchen für am anfang punkt viereck block kann auf was das bedeuten soll aber dieses 9110 ist der code die dafür stellte kurz über am anfang brauchen und das war's ja gut ending haben wir also nicht wie da keine ahnung was dafür alles machen müssen ja aber wir haben nicht alles gemacht was wir machen müssen ich schätze mal wir haben einige zettel nicht gefunden und jetzt noch was oder wie jetzt hallo na ok dann ja jutschen dann sollte es mit der folge gewesen sein ich glaube wir machen noch eine folge wo wir mal gucken was da mit diesem raum ist wo wir diesen code eingehen müssen mal schauen auf jeden fall was hast mit dem let's play und wie gesagt eine folge kommt ein bisschen rumspielen mal gucken wie lang die wird bis dann ja 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 ja